Liebe Freundinnen, werte Presse, die Bundesregierung hat sich heute zu einem sehr extremen, aber wichtigen Schritt entschieden. Es ist also aufgrund von problematischen Übergriffen oder sagen wir unliebsamen Vorkommnissen in der Vergangenheit betreffend Freibädern, also nicht von allen, hauptsächlich von jungen Mitgliedern, deshalb hat die Bundesregierung heute ein Notfallgesetz zur Schließung aller Freibäder bundesweit verabschiedet. Das können Sie doch nicht machen. Hören Sie, es ist ganz einfach. Wenn wir die Freibäder offen lassen, dann steht die verschissene AfD im Herbst von ganz alleine bei 25 Prozent, okay? Die müssen dafür nichts tun. Das wäre quasi kostenloser Wahlkampf. Es ist ja auch nicht so, dass die Freibäder wirklich zu sind. Sie sind einfach eine Weile nicht offen. Herr Habeck, ab wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis. Ist das sofort unverzüglich? Halleluja! Halleluja! Snickers für Linkshander!